Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Leute, wir sehen hier schon ein mega interessantes Haus. Und in diesem sollen Backrooms versteckt sein. Wir werden uns heute wirklich ganz viele Backrooms ansehen. Und natürlich auch dementsprechend Monster. Ich hoffe, wir werden nicht allzu sehr erschreckt, ne? Das stimmt. Was machst du? Okay, du kannst sehr gerne vorausgehen in das gruselige Haus. Ja, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Also hier sind wir rein. Hör auf! Es beginnt schon. Wir sind einfach ins Haus gegangen und sind direkt im ersten Backroom. Oh nein. Oh nein. Das ist ja richtig doll gruselig. Was ist hier an den Wänden? Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen auf jeden Fall hier rausflüchten. Ich glaube, wir müssen tatsächlich rausflüchten. Also wir müssen die Backrooms verlassen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich nur der Backroom ist. Das weiß ich noch nicht so ganz. Es wackelt bei mir. Es wackelt bei mir noch nicht? Oh, bei mir wackelt es auch. Bei mir wackelt es auch. Bei mir wackelt es auch. Warum wackelt es hier? Ich weiß auch nicht. Okay, aber bis jetzt ist es zumindest kein Monster, was schon mal gut ist. Ja, ja. Oh, oh. Oh nein. Ist da was? Ich höre ein Gelaufe. Ich habe ein Laufen gehört. Ich auch. Was ist denn da los? Guck mal um die Ecke. Du bist... Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Da hängt was an der Wand. Da hängt was an der Wand? Hier hängt auch überall was an der Wand, oder? Ist es ein Schalter? Nee. Nö, das sieht aus wie eine Steckdose. Oh, stimmt. Boah, ich habe mega Angst, ne? Aber ich glaube, so schlimm kann es ja nicht sein hier in dem Backroom, oder? Nee, 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 nee. Auch wenn ich das Laufen gehört habe. Laufen. Und hier sind halt... Ich glaube... Kannst du gerne voraus. Nee, bitte kannst du voraus gehen. Du bist halt der Stärkere unter uns. Nee. Hier sind halt überall an den Wänden so Kratzer, ne? Ja, oh, das ist auch riesig hier. Also ich muss... Oh! Ah, ich gehe da nicht... Nein, 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 nein. Ich gehe da nicht hin. Ich muss sagen, ich fände es besser, wenn wir langsam das Backroom-Monsterschen sehen würden. Dann wüsste ich... Oh, da, da, links. Da ist er. Ich habe es gesehen. Oh, ich habe mich erschrocken. Was? Ich habe mich so erschrocken. Habt ihr den gesehen, Leute? Habt ihr den... Oh, mein Gott, was macht er denn da? Und was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir uns gehängt? Nein, 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 nein. Er kommt hinter uns her. Okay, er ist... Oh, okay, okay, okay. Okay, warte mal. Was ist, wenn er uns erwischt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist mega schnell. Der ist mega schnell. Ich habe auch keine Ahnung. Nimm Carl, dann nicht mich. Nimm Epic nicht mich. Ich bleib hier. Wo dürfen Sie sich... Oh! Er hat dich! Ich sehe nichts. Er hat mich. Ich sehe... Aua. Ah! 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 Okay, 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 okay. Wir müssen was? Müssen wir hier finden? Ich weiß auch nicht, wo der ist. Ja, also... Ja, flüchten. Aber bestimmt müssen wir ja irgendwie... Ich renne geradeaus durch. Ja, aber wie sollen wir denn hier irgendwas finden? Ich weiß nicht so ganz. Was sind die Backrooms? Hier sieht doch alles gleich aus. Da flackerts Licht. Was heißt das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, aber meistens steht er ja dann irgendwo rum. Ach, das ist riesig. Das ist riesig. Das ist riesig. Wo kann denn hier der Ausgang sein? Das ist so groß. Okay, aber vielleicht... Also, denkst du, es gibt nur einen Ausgang? Oder es gibt auch vielleicht so Kisten oder irgendwas? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es auch... Boah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Milch. Warum? Hä? Ah, wir haben Wasser. Mandelwasser. Was soll ich denn damit... Kann ich das essen? Oh. Oh, was hast du bekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man... Oh, oh. Hat hier jemand gerade was gesagt? Ich glaube schon. Hätte ich das trinken sollen? Ich weiß nicht. Vielleicht riecht jetzt der Backroom-Monstorchen auch irgendwas. Jetzt tun die so als erst auch ein Geist. Ein Geist? Hallo? Nimm... Oh, oh, oh. Du bist... Oh, oh, oh. Du... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na? Nee. Das ist ja, das ist ja... Oh! Was sollen wir machen? Kommt das zu uns? Sei leise, sei leise. Oh! 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 Toll. Das ist ja unmöglich. Wie sollen wir das denn schaffen? Das ist wegen einem komischen Mandelwasser gewesen, was du da genommen hast. Ja, das war lecker. Ah, das war lecker. Das war lecker unter uns. Wir sollten vielleicht anfangen... Guck mal, wir spawnen ja immer von hier. Lass mal anfangen, so jede Himmelsrichtung abzuklappern vielleicht. Oh, es ist hinter uns genau so groß wie vor uns. Oh nein. Sag das nicht. Oh nein. Wieso haben wir denn jemals hier was finden? Ich möchte nochmal Mandelwasser haben. Was ist mit diesem Mandelwasser? War lecker. Was ist... Schmeckt Mandelwasser wirklich? Ah, das sind Lüftungen. Warte mal. Können wir da durchflutschen? Ne, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aha, das ist aber verdächtig. Und hier gibt es dann eine Tür oder so, die uns dann... Hier. Ist das der Ausgang? Was ist das? Komm ich raus? Was ist das? Siehst du das? Ja, ja. Was ist das? Was heißt das? Haben wir es geschafft? Was ist das? Das ist ein Chopper. Das ist ein Chopper. Level 1? Level 1? Was? Oh nein, wir sind im nächsten Backroom. Wir haben es geschafft? Oh nein. Oh mein Gott, warte, was? Was? Hier will ich nicht sein. Das sieht noch grüßelig aus. Mir war das andere lieber. Kommen wir wieder zurück ins erste Level. Und ich weiß auch gar nicht, was für ein Monster hier ist. Oh nein. Vielleicht ist es dasselbe. Ich will auch nicht in dem Keller sein. Hier sind rote Lampen. Ich weiß nicht, wie viele Level es hier gibt. Das wird ja immer schlimmer. Wie viel Lack hatten wir aber eigentlich, dass wir das gefunden haben, so easy? Das stimmt. Wir haben einfach nur hinter uns geschaut. Vielleicht müsst ihr hier auch hinter uns schauen. Ich habe hier Ketten gehört, ne? Ketten? Ja. Okay, warte, komm. Das kriegen wir zusammen hin. Aber warte mal. Also die Decken sind ja auf jeden Fall nicht so hoch. Das heißt, war der andere nicht größer? Ja, das könnte sein. Da sieht es doch gut aus irgendwie, oder? Ist das wieder ein Ausgang? Oh, das ist wieder ein Ausgang? Nein. Wir haben nicht mal den Gegner hier gesehen. Warte, wollen wir uns den... Oh, ich weiß nicht, ob wir uns den ansehen wollen. Na, ich weiß nicht. Ich würde mich schon interessieren. Wir müssen uns merken, wo der Ausgang ist. Ja. Hallo? Oh, es wackelt. Vielleicht spawnt er, wenn es wackelt. Ich weiß nicht. Wohin gehst du denn? Oh, kurz mal den Gegner anschauen. Ja, aber wo... Ja, okay. Der ist hier nicht. Okay, vielleicht gibt es hier keinen Gegner. Aber der andere hat auch was sich warten lassen, muss man sagen, ne? Das stimmt. Also da... Okay, dann kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Okay. Beziehungsweise ins nächste Level. Ja, aber ich bin noch ein bisschen erleichtert, dass wir es so schnell gefunden haben. Oh, okay. Ja, okay. Okay, wo landen wir jetzt? Ist halt die Frage. Und? Level 3. Das ist das Büro. Oh, das kennt man aber. Ich will hier nicht sein. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch immer derselbe. Oh, aber guck mal. Man hat eigentlich voll den guten Überblick. Wenn du hier schon springst, ist es gar nicht mal so schlecht. Wo ist Mandelwasser? Wo ist das nächste Mandelwasser? Das ist die Frage. Wofür haben wir das Mandelwasser gebraucht eigentlich? Also ich habe ein bisschen Hunger. Aber ich weiß nicht, ob das Mandelwasser dafür da ist. Also wenn hier was... Also weißt du, was mir an dem Backroom schon direkt gut gefällt? Ja, geht's weiter. Man hat so einen großen Überblick über alles. Es gibt zwei Etagen. Oh, okay. Aber man hat trotzdem einen guten Überblick, oder? Also wenn hier ein Monster wäre, dann würde ich das halt schon von sehr weitem sehen, wahrscheinlich. Und dann kann ich dementsprechend handeln. Gehst du hier weiter? Du läufst so. Du kannst einfach springen. Läufst du in der 5? Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht ist es halt auch gar nicht oben, ne? Stimmt. Vielleicht geht es auch unten. Guck mal hier. Was denn? Ah, nee, nee, nee. Ich dachte, da wäre ein Gang. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ich glaube, hier oben ist es nicht, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir nicht sicher. Ich finde auch diese Stille ein bisschen unruhigend. Oh, ist hier das Anpassung? Ja, ja, ja. Wir müssen ganz, ganz, ganz zurück. Also einmal komplett zurück. Okay. Ja, lass lieber unten gucken, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Oder geht es hier unten weiter? Ich höre was. Du hörst was? Ich habe... Ich höre Schritte. Oh. Oh, oh. Oder? Wir sind hier in der Sackgasse. Wir können nicht flüchten von hier. Ja, ich... Ich muss mal kurz horchen. Wo bist du eigentlich? Läufst du mal 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 pumpen? Ja, hallo. Ja, das ist vielleicht ein bisschen... Ich... 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 Stimmt, ich auch. Ist hier doch... Ich höre Schritte. Kann auch unter uns sein. Oder über uns. Hörst du das? Ja. Leute, hört ihr das? Ich weiß nicht, ob es laut genug ist. Und das Ding ist auch hier? Boah, ist das laut. Es hört sich an wie... Streitende Katzen. Wie war es? Die streitende Katzen? Ich will jetzt nicht unbedingt... Es hört sich wirklich wie ein Monster an. Also wie so ein... Du kannst es gerne mal da runter gehen. Doch, doch. Nein. Doch. Das ist hier ganz irgendwo in der Nähe. Nee, komm Epic. Wir müssen das zusammen machen. Ja, du kannst vor mich kommen. Bitte, nein. Doch, doch. Ich gehe nicht als Erste runter. Du bist der... Du bist derjenige, der das machen sollte. Trau dich. Nee, trau du dich mal. Cool. Nein. Aber der kommt da hoch. Oh, ist der Schreck. Guck mal. Du musst nur um die Ecke schauen. Ich bin eine schreckhafte Person. Nur um die Ecke schauen. Ich bin eine schreckhafte Person. Ich kann nicht... Das ist kein... Ich verhunger auch gleich. Okay, okay. Ich gehe die Erste Hälfte. Du gehst die Zweite Hälfte. Nein, das ist ja viel schlimmer. Okay, jetzt gehst du die... Nein, ich mach das nicht. Was ist das denn? Ich will doch nur wissen, was das für ein Monster ist. Alles gut. Du kannst gerne. Was? Oh, der kann nicht hoch. Der ist... Oh, der kann hoch. Der kann hoch. Er hat... Okay, aber es ist er wieder. Es ist er wieder. Oh, er hat mich so erschreckt, ne? Ich laufe einfach. Ich laufe einfach. Hallo. Aber starten wir jetzt wieder im Ersten? Oh, oh. Nein, oder? Oder? Wir starten im Ersten. Was? Aber wissen wir doch, wo es langging? Nein. Aber ich finde es schon mal sehr beruhigend zu wissen, dass es eventuell immer der gleiche... Der gleiche Dings ist. Was ist das denn? Oh nein. Epic, ich habe keine Ahnung, wo das ist, was wir gefunden hatten. Es war auf jeden Fall hinter uns. Hinter uns durch müssen wir laufen. Hinter uns durch. Ich hoffe, ich finde es ein... Ich habe es gefunden. Oh. Ich kann reingehen. Ich glaube, wir werden eh beide. Ah ja, perfekt. Guck mal. Und ich glaube, das andere war ja easy eigentlich, das Zweite. Das war auch auf der Seite irgendwo. Ja. Oh Gott. War das hier? Auf der Seite? Ja, ne. Irgendwo hier war das auf jeden Fall. Ich weiß... Hier hinten oder vorne? Auf jeden Fall hier auf der Seite. Hier haben wir auch tatsächlich Sponsor gar nicht... Ah, ich glaube hier drinnen, oder? Das ist einfach. Ja, guck mal. Das ist easy. Das ist easy. Jetzt sind wir... Aber wo müssen wir jetzt beim Büro hin? Müssen wir beim Büro vorne durch? Ich glaube unten. Ja, unten. Wir haben es nicht gefunden. Und dann geradeaus mal weiter, oder? Ja, ja, ja. Genau. Okay, jetzt sind wir in Level 3. Und jetzt... Einfach geradeaus mal, oder? Ja. Wir können auch hier rechts gucken mal. Ah, ne. Da sind wir hochgegangen. Ja. Es ist halt auch ein bisschen da berintig. Das ist halt das einzige Problem, sag ich mal. Aber hier haben wir wenigstens... Hier sehen wir den frühzeitig, hoffentlich. Ja, ja. Außer der spawnt halt irgendwo genau vor uns dann. Ah, guck mal. Hier gibt es aber auch noch weitere... Ein weiteres Abteil sozusagen. Oh, ne. Gibt es geradeaus noch weiter? Ich weiß nicht. Ja, ich bin mal abgebogen. Letztendlich, wenn einer es findet, ist es ja auch egal. Aber wir müssen uns halt dann trennen. Und das ist halt auch nicht so nice, wenn dann auf einmal... Oh, vielleicht habe ich es gefunden. Ja? Hier ist ein einzelner Eingang in... Hier ist auch noch ein Eingang. Ein Eingang? Warte, warte. Ist das eine Treppe? Ich bin ganz hinten. Warte, ist das auch eine Treppe? Ich gehe mal da vorne schauen. Ganz, ganz, ganz vorne durch einfach. Ganz vorne? Also ganz hinten sozusagen? Ja, ich höre Schritte. Oh, ne. Ja, dann... Es könnte sein, dass ich es gefunden habe. Ja. Ah, hier geht auch nur eine Treppe nach oben. Oh, nein. Ich bin auch bei dir. Ich bin bei dir. Wir führen alle Treppen nach oben. Ich sehe ihn aber auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist es auch ganz oben irgendwo. Ja, das könnte auch sein. Keine Ahnung. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es auf einmal hier irgendwo ist. So einfach random. Weiß aber natürlich nicht. Oh Gott, es ist riesig. Es ist so riesig. Es ist richtig, richtig groß. Soll ich denn wissen, was hier wo es ist? Vielleicht gibt es sogar noch eine Etage. Kann sein. Es ist so riesig. Es ist... Ich habe es gefunden. Geh rein. Ich gehe rein. Und? Sehr gut. Haben wir es geschafft? Nein. Ich bin nicht ganz sicher. Kommt ihr zum Hotel? Warte. Ja. Was? Warum sind wir... Oh, nein. Ich möchte hier nicht sein. Das ist ein Hotel. Ein endloses Hotel. Das ist mein Zimmer. Aber die Zimmer gehen nicht auf, oder? Oh, mein Gott. Das wäre ja absolut... Schau mal vor, da kommst du aus dem Zimmer raus. Es könnte sein. Boah, nee. Das kann ich nicht. Ich höre Leute. Das sind die Sounds aus den Zimmern. Ich höre auch Leute reden teilweise. Das ist so großartig. Ich höre auch Musik. Aber die ist nicht so nice. Boah, die ist richtig laut. Oh, nein. Bitte, 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 lass es uns hinten. Ich glaube, dass ja irgendein Zimmer offen ist, wo wir dann ins nächste Level kommen. Denkste? Ja, das könnte gut sein. Oh, nee. Ich kann das nicht. Das ist hier schon wieder sehr gruselig, finde ich. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Tatsächlich. Was? Hab ich es geschafft? Ey, wir müssen gucken. Wenn wir jetzt nichts schaffen, dann landen wir wieder von vorne, ne? Ja, ja, ja. Was ist das? Warum steht hier eigentlich Level 1? Waren wir die schon? Die waren wir doch schon. Ich weiß nicht. Oh, oh. Oh, nein. Warum stand hier jetzt Level 1? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ist das ein anderes? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube schon. Wir sind auf jeden Fall woanders gespawnt. Ja, ja, ja. Okay, also das Hotel. Ich bin sehr froh, dass wir beim Hotel ihn nicht gesehen haben, weil ich glaube, das hätte mich wirklich seelisch nicht, äh, ja, weit gebracht. Ich dachte, wäre gewesen. Oh, ich schreck mich doch nicht so. Ja, ich habe mich erschreckt. Ja, es ist ein bisschen problematisch, dass wir eigentlich nicht den Weg gegangen sind, den wir jetzt immer gegangen sind. Was war das denn? Ich glaube, das sind so Rohre, die hier irgendwie platzen oder sowas. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Level. Ja, es kann sein. Ich, ich weiß, ist es nicht. Jutta, jetzt hier weiter? Oh, nee. Wir haben uns vollkommen verloren. Da ist er. Da ist er. Nein, 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 nein. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Der war er. Was machen wir? Was machen wir? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist so schnell. Ist er schneller als das? Ja, der ist super schnell. Wir müssen, wir müssen das jetzt hinten einfach mit ihm. Wir müssen schlau laufen. Wir dürfen keine komischen... Wir dürfen keine Sackgasse. Keine einzelne. Ja, ja, ja. Lass erst mal wieder zurück. Ja, ich bin genau hinter dir. Dann haben wir alles nicht geschafft. Es war einfach alles umsonst. Er ist nicht mehr hinter uns übrigens. Echt jetzt? Ja, also ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja, warte mal ab. Vielleicht ist er einfach... Vielleicht ist er einfach... Vielleicht ist er mit einer Abkürzung. Oh Gott, sag das nicht. Oh, nee. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Warte, 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 warte. Ja. Warte. Jetzt links. Ja. Oh, stehe. Nenn mich Genius. Wie gut. Genius. Sehr gut. Das war eine knappe Nummer. Und jetzt? Haben wir gewonnen? Ach, nee, ist wieder hier. Das Hotel mag ich nicht. Nee, hier sind so viele Geräusche. Ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung. Ich verstehe doch nicht ganz, worum da Level 2 dann steht. Habe es gefunden. Sehr gut, Katja. Um Gottes Willen. Wo landen wir jetzt? Ich weiß nicht. Landen wir jetzt wieder im Büro? Vielleicht landen wir wieder... Oh nein. Wir sind wieder hier. Hä? Was heißt das? Ich bin nicht ganz sicher. Oh! Er hat mich. Er war sofort um die Ecke. Ich habe mich so erschrocken. Er war um der nächsten Ecke. Ich bin allein. Das schaffst du vielleicht. Das schaffe ich nicht. Was war das denn? Das war ein Dings. Hier ist eine Sackgasse. Warum war er denn da sofort? Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Die schaffen das niemals. Oh Gott. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben aber wirklich jedes Level auf jeden Fall einmal gesehen. Wir haben es jetzt nicht komplett aus den Backrooms raus geschafft. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Backroom ihr am gruseligsten fandet. Also ich muss sagen, das Hotel, das war... Also da haben wir... Oh oh. Ja, Gott sei Dank nicht gesehen. Aber ihr wartet ja schon auf uns. Oh nein. Was war dein Liebster? Das Büro. Das Büro. Das Büro. Ach stimmt, ja. Das war riesig. Das war sehr, sehr riesig. Oh Gott. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.